Meine allerliebsten Hexen und Hexers, ich hatte recht. Stability AI hat gerade vor kurzem Stable Code vorgestellt. Stable Code ist ein Large Language Model, also wie GPT-4, wie Palm oder Gemini, also das, was hinter Bart steckt bzw. stecken wird, nur eben lokal und ausschließlich für Code. Und hier will ich nochmal ganz kurz ausholen zu dem, was ich schon mal gesagt hatte. Klar, wenn ihr das auf einem Server laufen lasst, habt ihr Möglichkeit, das Ganze zu skalieren. Auf eurem lokalen Rechner, aber eher nicht. Aber genau das ist der Ort, wo wir die meisten Large Language Models eigentlich laufen lassen wollen. Denn Server sind sehr teuer. Unsere eigenen Maschinen haben aber auch Rechenleistungen, die wir ja verwenden können. Wir haben, also viele von uns, manche von uns, haben einen Gaming-Rechner, mit dem wir durchaus in der Lage sind, Large Language Models laufen zu lassen. Aber eine einzige Schwachstelle gibt es hierbei, die dürfen nicht zu groß sein. Und wenn ein LLM eben nicht zu groß sein darf, sind wir, was die Parameter angeht, einfach beschränkt. Das heißt, ein GPT-4 werdet ihr nicht zu Hause laufen lassen können, weil das Ding einfach viel zu groß ist. Das passt nicht auf eine Grafikkarte, zumindest nicht auf eine heutzutage Grafikkarte, sondern nur auf einen Cluster. Ein LLM wie StableCode hingegen könnt ihr wunderbar auf eurer eigenen Grafikkarte laufen lassen. Das geht wahrscheinlich sogar auf einer Mittelklasse-Grafikkarte ganz gut. Und das ist genau der Trick. StableCode muss mithalten können mit ChatGPT, was Programmieren angeht. Aber es muss nicht mithalten können mit ChatGPT, was die anderen Funktionen angeht. Wissensdatenbanken oder Informationen von irgendwann mal früher, irgendwelche Zitate, Gedichte schreiben, andere Programmcodes schreiben, vielleicht sogar irgendwelche Rechtstexte analysieren. Das kann StableCode auf gar keinen Fall. Das ist aber auch gar nicht das Ziel davon. StableCode soll euch ausschließlich Code generieren. Und das ist der Trick dabei. Das Ding ist zwar nicht so groß wie GPT-4 oder wie Palm oder Gemini, aber es ist auch nur ein einziger Anwendungsfall, wo dieses Teilchen hier funktioniert. Und das wiederum heißt, es hat durchaus Chancen, mit ChatGPT mitzuhalten, was Code-Generierung angeht. Und genau das will ich heute mit euch mal machen. Also zunächst einmal, wir gucken uns das mal ganz kurz hier an. Das ist der Code, wie ihr das Ganze aufruft. Keine Sorge, den gibt es vorgefertigt. Ihr müsst das nicht so abschreiben. Und übrigens, der Code hier funktioniert auch nicht perfekt. Den muss man ein bisschen anpassen. Kommen wir gleich dazu. Es gibt ein Issue, da wurde das alles geklärt. Dann das hier wiederum ist eine Art, wie man das alles ein bisschen customisen kann. Und hier unten sehen wir, es gibt schon drei Versionen davon. Das wird auch nochmal mehr werden. Diese StableCode-Versionen hier haben nur drei Millionen, jetzt sage ich schon nur, drei Milliarden Parameter. Was eigentlich echt verdammt viel ist. Aber es ist halt nicht so viel wie GPT-4. 3.5 hatte 175 Milliarden Parameter. Also das ist schon mal deutlich mehr. Trotzdem ist das hier, also StableCode, ungefähr, naja, ihr seht selber. Also deutlich besser als StarCoder Base oder Replit Coder oder auch StableCode Completion Alpha. Das sind die Passes, beziehungsweise, nein Quatsch, StableCode Completion ist natürlich das, was wir hier testen. Das ist das Replit-Modell hier. Das landet ungefähr bei etwas mehr als, ich würde sagen, das sind so 32,5% Accuracy. StableCode landet bei irgendwie so 33,5% oder 34,5% irgendwo in StarCoder Base ist nochmal ein bisschen drunter. Also es ist aktuell ein sehr, sehr gutes Modell. Der Punkt, den ich aber machen möchte, ist nicht, benutzt das bitte zum Coden. Das ist einfach eine Möglichkeit, die wahrscheinlich noch nicht wirklich ausgereift ist. Aber wie gesagt, 3 Milliarden Parameter, Lama 2 hat schon deutlich, deutlich mehr. Und Lama 2 lässt sich auch feintunen auf Code. Und genau das ist das, was ich vermute, was wir relativ bald haben werden. Ein Lama 2, das wirklich ausschließlich Code benutzt oder eben ausschließlich für Code, für vielleicht sogar nur Python-Code optimiert ist und dementsprechend auch wirklich verdammt gute Ergebnisse für nur Python-Code generieren wird. Also kein Anwendungsfall alles, neuronales Netz, sondern wirklich ein sehr spezielles, dementsprechend aber auch schneller ausführbares Netz, das ihr bei euch zu Hause laufen lassen könnt, auf eurem Firmenserver oder wo auch immer ihr das wollt. Und so auch natürlich häufiger und günstiger ausführen könnt, zum Beispiel als Erweiterung in einer IDE. Das heißt, es läuft dann einfach die ganze Zeit im Hintergrund und es läuft auch permanent irgendwas, ohne dass ihr jedes Mal eine Anfrage an GPT-4 stellen müsst, das ja dann doch ein sehr großes Netz ist und vielleicht gar nicht so gut im Coding an sich ist. So, jetzt, wie können wir das Ding verwenden? Das ist jetzt mein nächstes Kapitel erstmal. Und zwar, es gibt hier bei HuggingFace natürlich wieder mal das ganze Repository. Im Endeffekt braucht ihr nichts weiter als einen HuggingFace-Account. Den müsst ihr haben, denn ihr müsst euch einloggen dafür und die Nutzungsbedingungen akzeptieren, damit ihr keinen Mist damit macht. Und jeder Code, der hier generiert wird, beziehungsweise wenn ihr das Ganze baut, bekommt ihr das, also lädt euch das Netz, das Ganze runter von HuggingFace. Das machen wir hier mit der Transformers-Library. Die wurde von HuggingFace selbst bereitgestellt und das können wir einfach so ausführen. So, ich habe das mal für euch hier eingegeben. Also, ihr könnt buchstäblich hier auf Kopieren klicken und das dann hier einfügen mit einem kleinen Unterschied, den ihr vielleicht sehen werdet, wenn ich das hier einfüge. Die Zeile hier ist bei mir ein bisschen länger gewesen. Und das zeige ich euch nochmal. Wir brauchen hier nämlich in Tokenizers noch ein bisschen mehr. Also, das hier ist im Endeffekt eure Instruction. Instruction generate a Python-Function to find number of CPU-Cores. Ich habe wirklich die Standard-Instruction hier mal drin gelassen. Das ist die, die im Beispiel drin ist. Aber, ihr müsst hier noch einfügen, Return-Tensors ist gleich PT, Return-Token-Type-IDs ist gleich False und dann to CUDA. Hier haben wir das nicht. Also, hier haben wir Return-Tensors ist gleich PT, aber was eben fehlt, ist dieser Return-Token-Type-IDs ist gleich False. Wenn ihr das nicht einfügt, dann kriegt ihr einen Fehler und deswegen hier die kurze Info. Das, was hier auf der Beschreibungsseite von Stability.ai steht, ist leider falsch, so wie es funktioniert. Also, so funktioniert es halt einfach nicht. Der Rest könnt ihr stehen lassen. Tokens ist gleich Model Generate. Dann kriegen wir hier quasi die Inputs, also das aus dem Tokenizer. Das baut mir im Endeffekt das, was ich eingegeben habe, in Tokens um und ein neuronales Netz kann nur mit Tokens arbeiten. Deswegen brauchen wir diese Tokens. Also, wir bauen daraus Tokens mit dem Tokenizer und dann sagen wir, Modell, bau mal bitte Ausgabe basierend auf dieser Eingabe. Und, naja, das ist die Eingabe. Die neuen Tokens können wir hier selbst setzen. Die sind auf 48 limitiert. Ihr könnt die hochsetzen oder runtersetzen. Temperature bedeutet, wie stark abweichend neue Ausgaben sein können. Das heißt, wie viel Randomness da sozusagen drin ist und wie... Temperature ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Ich sollte da mal separaten Videos dazu machen. DoSample ist gleich true. Bedeutet einfach, ihr bekommt das zurück. Und dann könnt ihr hier die Ausgabe von eurem neuronalen Netz mit dem hier bekommen. Also, das hier baut uns quasi das Modell. Hier oben wird allerdings als allererstes aus Stability.ai's Repository das Modell runtergeladen. Und beim ersten Mal ausführen wird das eine Weile dauern. Also, kleiner Spoiler. Ihr könnt hier auf Fires and Versions klicken. Da seht ihr das auch. Hier muss erstmal Model Safe Tensors runtergeladen werden beziehungsweise das PyTorch Model. Und die haben 6 Gigabyte. Und naja, Hugging Face ist jetzt nicht gerade super schnell, was das angeht. So, aber ich kann das hier ausführen. Ich kann das hier drin nicht ausführen. Ich habe das hier ausgeführt. Und ihr seht hier auch noch, ich bin ein bisschen am Experimentieren gewesen. So, die Instruction ist Generate a Python Function to find number of CPU Cores. Und danach kommt die Response. Def find CPU Cores. Ein Dock String sogar dabei. This Function will find the number of CPU Cores in the System. Dann ein Kommentar. Get the number of CPU Cores. Num Cores ist gleich Multiprocessing. CPU Count return Num Cores. Das ist eine Funktion. So, wenn ich diese Funktion jetzt allerdings eins zu eins kopiere, sollte jedem, der ein bisschen Python geschrieben hat, sofort klar sein, Multiprocessing muss natürlich erstmal importiert werden. Das steht hier nicht dabei. War aber auch nicht die Aufgabe. Die Aufgabe war, mach eine Python Funktion, die das tut. Und dementsprechend finde ich das ganz gut. Man muss hier vielleicht auch kurz betonen, das hat ein bisschen anderen Hintergrund als das, was wir mit GPT-4 zum Beispiel machen. Hier soll, oder das Ziel von den Machern von Stability AI ist eigentlich nicht, dass ihr das unbedingt selbst ausführt, sondern, dass ihr das in die VS Code Extension für Open Source Models reinpackt. Das war bei mir jetzt auch noch verbuggt, aber wie gesagt, das ist alles super Early Access und das wird in den nächsten paar Monaten so nach oben gehen. Warte, andersrum. So nach oben gehen, ja, deswegen, das nehme ich in Kauf, dass das noch völlig verbuggt ist. Aber ich wollte es euch trotzdem schon mal zeigen und euch so ein bisschen zeigen, in welche Richtung wir hier gehen. So, jetzt will ich natürlich trotzdem mit euch einen kleinen Vergleich machen und das machen wir mal eben. So, da sind wir wieder. Also, ich lasse das jetzt hier im Code Interpreter bei GPT-4 laufen und in meiner IDE direkt nebeneinander, dann seht ihr das. Ich versuche es auch wirklich gleichzeitig zu starten, damit nicht einer irgendwie einen Vorteil hat oder so. So, los geht's. Und dann könnt ihr auch mal selbst benchmarken, wie lange das jeweils braucht, bis es fertig ist. Was natürlich auch ein Vorteil ist, denn, ja, wir wollen das hier bei uns laufen lassen. Und, wir sehen, das dauert schon ein bisschen, Also, ich schneide das jetzt absichtlich nicht, okay. Ich habe bisher immer weggeguckt, während es das gemacht hat, merke ich gerade. Naja, also, GPT-4 ist auf jeden Fall schon mal fertig. Wir können schon mal die Lösung uns angucken. Die Lösung ist, OS und Multiprocessing zu benutzen. Get CPU Cores ist die Funktion mit den Imports dabei, was ich ganz okay finde oder ganz gut sogar finde. und hier haben wir Get CPU Cores, die Funktion, die uns, aha, so, jetzt sind wir fertig. Okay, also, das hat schon ungefähr doppelt so lange gedauert, wie GPT-4, muss ich sagen, würde ich behaupten. Oh, und hier hat es jetzt den Import sogar mitgenommen. Interesting, in die Funktion mit rein. Okay, das ist eher nicht Pythonic, aber es ist okay in dem Fall, weil wir ja wirklich nach einer Funktion gefragt haben, würde ich behaupten. Und Multiprocessing.CPU Count ist auch eine Antwort. So, das Problem bei, genau, Multiprocessing kann sein, dass das hier nicht funktioniert. Return Multiprocessing.CPU Count, das funktioniert eventuell nicht, während wir dann ein Accept machen können und hier Fallback können auf das hier. Das ist definitiv die bessere Antwort zu Python als das, was Stable Code hier zurückgibt. Wie gesagt, ich benutze hier den Code Interpreter von GPT-4, den nehme ich eigentlich mittlerweile fast immer, wenn ich irgendwas programmieren möchte. Hintergrund ist übrigens der, der Code Interpreter hat ein 8000-Token-Kontext, während das normale GPT-4, also Default-Modell, hat 4000 Tokens. Einen Nachteil hat es allerdings, ich kann hier zumindest keine Dokumentation direkt über das Netz anfragen, über einen Link oder sowas, das geht leider nicht. Ich kann aber Code schreiben und das dann einlesen, rein theoretisch. Genau, so, die nächste Frage. Generiere eine Python-Funktion, die Merge Sort implementiert. Ich starte das jetzt mal und schneide auch den Generationsprozess raus, denn den braucht ihr jetzt nicht mehr. So, GPT-4 ist gerade fertig geworden, das heißt, ihr seht jetzt, wie viel quasi Stable Code länger braucht, nur, dass ihr einen Vergleich habt. Hier nochmal ganz kurz der Code von Merge Sort. Oh, und das ist schon fertig, das ist schon mal sehr, sehr gut. Das ist nicht funktionsfähig. Das ist leider gar nicht funktionsfähig, weil ich nicht genug Tokens angegeben habe. Da muss ich mehr Tokens reingeben und mehr damit rumspielen. Sekunde. So, wir gehen einmal ganz kurz auf den Code hier drauf. Das ist tatsächlich ähnlich gewesen wie das, was wir hatten. Die Länge zurückgeben, wenn die Länge 1 ist oder kleiner gleich 1 ist, dann geben wir das Array selber zurück oder die Liste zurück. Wir halbieren, wir splitten, wir machen Merge Sort auf der jeweiligen Hälfte und wir return Merge Sort. So, und hier haben wir einmal dev merge und das ist nämlich die Trickfrage hierbei gewesen, weswegen ich das testen wollte. eine, also wir fragen speziell nach a Python Function that implements Merge Sort. Es gibt keine einzelne Funktion in dem Sinne, sondern normalerweise schreibt man zwei Funktionen. Man könnte jetzt mit anonymen Methoden arbeiten, wenn man unbedingt eine möchte, aber don't. Warum würde man? So, dementsprechend brauchen wir hier noch eine zweite Funktion und dann sehen wir hier Merged und wir lassen die Indizes nebeneinander herlaufen und haben dann am Ende zwei Funktionen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ist jetzt nicht getestet, aber wir könnten es testen, wenn wir hier den Code Interpreter haben natürlich. Das hier wiederum hat keine Kommentare und sieht auch ein bisschen falsch aus. Also ohne das jetzt wirklich getestet zu haben, mir gefällt der Code von GPT-4 besser, weil hier, also klar, die Namen sind okay soweit und der Code ist gut. das muss man ihm lassen, aber hier habe ich Kommentare dabei. Das ist schon mal sehr viel besser und hier habe ich auch keine zwei Funktionen, weswegen das hier, es kann eigentlich nicht funktionieren. Also wir rufen uns hier definitiv selbst rekursiv auf, direkt hier, if len von array größer 1, mach das, mach das, dann ruf Merge Sort auf und wenn wir fertig sind, dann machen wir erst das hier. Aber wir benutzen die Ausgabe von Merge Sort gar nicht. Ich bin, mit dem Output bin ich nicht ganz happy, mit dem hier, der sieht zumindest richtig aus. Ihr könnt ihn gerne mal testen, ihr könnt gerne mal testen, ob das wirklich funktioniert. Und ja, also das trifft auch ungefähr das, was ich so in meinen Tests rausgefunden habe. Stable Code, also vielleicht nochmal auf Fullscreen, Stable Code, um das jetzt mal kurz abzukürzen, ihr könnt es selber ausprobieren. In meinen Tests war es bislang eigentlich immer so, dass Stable Code schlechteren Code generiert hat oder gleich guten Code wie GPT-4 und das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Wir können Code lokal generieren und das hat bisher fast kein Language Model zumindest annähernd zufriedenstellend hinbekommen. Das heißt, Stable Code ist wirklich ein Improvement. Vor allem, wenn wir bedenken, dass es nur drei Milliarden Parameter hat. Wir können jetzt Stable Code quasi bauen beziehungsweise mit dem Datensatz einfach ein Lama-Modell trainieren, das sehr viel größer ist, sehr viel mehr Kontext hat und sehr viel besser ist auch in dem, was es tut und wir können damit dann ein sehr großes Modell trainieren. Ich glaube, dass wenn wir Stable Code und der Datensatz, der dahinter steckt und die Technik, die dahinter steckt, wenn wir das als Grundlage nehmen und damit Lama-Zweig zum Beispiel trainieren, dann haben wir definitiv ein Modell, das mit GPT-4 mithalten könnte. Aber bis dahin würde ich euch immer noch zum Code-Interpreter raten. Naja, außer natürlich, ihr wollt es als kleine Extension benutzen, dann könnt ihr das natürlich auch so benutzen, weil, wie gesagt, es läuft bei euch lokal, ihr könnt es als Extension benutzen. Bei GPT-4 muss man ja immer eine Anfrage per API schicken oder im Browser das Ganze machen und das ist sehr, sehr teuer. Solange aber werde ich wahrscheinlich bei GPT-4 Code-Interpreter bleiben und ihr dürft mir gerne mal eure Ergebnisse unten in den Kommentaren teilen und es tut mir leid, dass ich ein bisschen kratzig bin, ich bin scheinbar ein bisschen erkältet mittlerweile. Naja, bis zum nächsten Mal, ciao.